Sehr schöne Durchsage. Also diese Sitzung wird aufgenommen. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite zur Einführungsveranstaltung in PHKO1 im Sommersemester 2020 auf eine etwas andere Art und Weise als gedacht. Und ich will Ihnen heute zusammen mit meinen beiden Mitarbeitern, dem Herrn Mock und auch dem Herrn Hilger, das Konzept erklären, so wie wir es uns momentan vorstellen. Wir würden Ihnen also gerne die Veranstaltung so anbieten, dass Sie möglichst kein Semester, was dieses Thema angeht, verlieren werden. Das ist natürlich mit Einschränkungen verbunden, die vor allem das Projektstudium betreffen werden, weil wir da sehr auf Interaktion mit Ihnen gesetzt haben. Alles andere kann man in gewisser Art und Weise auch kompensieren in so virtuellen Räumen, aber im Projektstudium wird das ein bisschen schwierig und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange sozusagen diese Einschränkungen gelten. Beginnen würde ich aber gerne, ich ziehe mal gerade das Slack-Fenster wieder raus, beginnen würde ich gerne, indem ich Ihnen nochmal kurz vorstelle, den Sinn und auch den Aufbau des OLAT-Kurses, den Sie jetzt sehen müssten in Ihrem Bildschirm. Das ist also die Darstellung, die ich habe. Wenn Ihnen also auf dieser linken Seite, ich hoffe, dass das jetzt hier, genau, das funktioniert auch. Wenn Sie hier jetzt Punkte sehen, Menüpunkte sehen, die Sie jetzt nicht haben, dann wundern Sie sich nicht. Ich bin natürlich der Autor dieses Kurses und habe alle Menüpunkte zur Verfügung. Teile davon sind für Sie noch gar nicht freigeschaltet. Insofern einfach nicht wundern. Sinn dieses OLAT-Kurses soll sein, Ihnen also so eine Art Schnittstelle zu bilden, Materialien zur Verfügung zu stellen auf digitale Art und Weise und auch zur Verfügung zu stellen, Links zu Videoplattformen oder auch Links, um sich in der Slack-Gruppe anzumelden. Den Link zu diesem Zoom-Raum werden Sie da finden oder finden Sie da schon. Sie finden einen Kalender, Sie finden die Kursunterlagen und so weiter. Und das würde ich gerne kurz Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen. Aber da gilt eigentlich wie für alles, setzen Sie sich mal eine halbe Stunde hin, klicken auf jeden Punkt und machen Sie sich so vertraut, letzten Endes auch mit dem OLAT-Kurs. OLAT hat eine Einschränkung. Es ist ein bisschen sperrig, was sozusagen die direkte Kommunikation angeht. Also wenn Sie mir Mitteilungen schreiben wollen über OLAT, dann landen Sie letzten Endes bei einer E-Mail, die Sie mir schicken. Und das finde ich, naja, nicht mehr ganz so zeitgemäß. Insofern haben wir uns da was anderes überlegt. So, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch klingelt, wenn einer den Raum betritt, aber egal, machen wir mal weiter. Also als erstes, die Startseite des Kurses haben Sie offensichtlich entdeckt, sonst wären Sie nicht hier in dem Raum. Da habe ich dieses Semester zwei Videos reingelegt. Zum einen das Video nochmal aufgezeichnet, oder die Präsentation nochmal aufgezeichnet des Kick-Off-Camps. Beim Kick-Off-Camp selber hat die Technik nicht ganz funktioniert. Insofern habe ich das nachher nochmal aufgenommen. Da finden Sie also eine kurze Einführung ins Modul, wenn Sie sich das anschauen wollen. Und Sie finden jetzt in diesem Semester erstmalig so ein kleines Video. Ganz so klein ist es nicht geworden mit ersten Schritten. Das ist jetzt eine gewisse Doppelung, die ich Ihnen erzählen werde, aber ich setze andere Schwerpunkte. Das Video hat Ihnen so klar machen sollen, ich wollte loslegen mit Ihnen. Das heißt, wichtig war, mit Ihnen kommunizieren zu können, Ihnen Mails schreiben zu können. Das scheint funktioniert zu haben, weil sehr viele von Ihnen sich schon eingetragen haben im OLAT-Kurs. Gehen wir mal von oben nach unten durch. Es gibt die Rubrik Digitale Lernelemente, die eigentlich aus zwei Teilen besteht. Das ist zum einen, finden Sie hier das Arbeitsheft, genannt als Digitalversion, als PDF und auch Online-Version. Und das Arbeitsheft ist in Papierform nochmal genannt. Also dieses Ding hier, ich hoffe, dass das, ja, müsste bei Ihnen richtig rum sein. Das ist das Arbeitsbuch. Es ist mittlerweile eigentlich eher, das Sie im ersten Semester in unserem Kurs brauchen. Das ist also das Hauptmaterial, das Sie brauchen. Viele von Ihnen, einige von Ihnen haben sich so ein Buch schon gekauft. Sie haben also die Möglichkeit, genau so geringt in Farbe ausgedruckt, 320 Seiten, sich das Teil für 13 Euro zu kaufen. Wir haben das für Sie drucken lassen. Zum Selbstkostenpreis verkaufen wir Ihnen das. Manche von Ihnen haben das Heft schon gekauft, bei Herrn Mock oder beim Herrn Hilger. Da liegen also noch zahlreiche Bücher rum, die Sie sich kaufen können. Jetzt ist die Situation ja die, dass Sie nicht unbedingt an die Hochschule kommen wollen oder können oder auch sollen. Insofern bieten wir Ihnen an, wenn Sie so ein Heft noch nicht haben, gerne aber eins hätten, dass Sie sich mit uns in Verbindung setzen, am besten über den Slack-Kurs und mir am besten eine Direktnachricht schreiben und sagen, ich will dieses Heft haben, dann schicke ich Ihnen einen PayPal-Link, dann können Sie mir die 13 Euro per PayPal zuschicken und wenn ich die habe, dann werden wir Ihnen das Heft per Post zuschicken. Das machen wir ausnahmsweise so. Erstens, weil es nicht allzu viele wahrscheinlich betreffen wird und naja, aufgrund der besonderen Situation. Das werde ich aber auch nochmal in den OLAT-Kurs schreiben kurz und auch in die Slack-Gruppe schreiben, weil es wichtig ist, dass Sie dieses Heft haben. Es ist auch zunächst egal, ob Sie das wirklich in Papierform haben oder digital als PDF-Datei. Die PDF-Datei finden Sie im Kurs unter, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig finde, unter Kursunterlagen, digitales Aufgabenheft. Da finden Sie die PDF-Datei zu diesem Arbeitsbuch. Es dauert ein bisschen. Es wird also einmal hier angezeigt und über diesen Link hier oben, wenn Sie da drauf klicken, können Sie die PDF-Datei herunterladen. Das funktioniert solange gut, solange Sie online sind oder solange Sie ein Gerät haben, in das Sie auch digital reinschreiben können, idealerweise. Sobald Sie anfangen, auch handschriftlich was reinschreiben zu wollen, das Buch ist auch so gedacht, dass da auch Arbeitsblätter drin sind, die Sie bearbeiten können. Ich suche jetzt mal gerade was. Auf der Seite zum Beispiel sind leere Seiten. Ich zeige Ihnen das gleich digital nochmal. Können Sie also in das Buch selber reinschreiben mit dem Hintergrund, dass Sie einfach kompakt zusammen haben irgendein Thema, eine theoretische Erklärung dazu, vielleicht ein Einführungsvideo und dann direkt die Bearbeitung dazu. Mit dem Sinn, dass Sie später bei einer Klausur, vielleicht wird eine geschrieben, vielleicht nicht, wer weiß es in diesem Semester, gehen wir gleich später nochmal drauf ein, oder auch später in Ihrem Berufsleben einfach nochmal nachschlagen können und alles zusammen haben. Also die Theorie, die Erklärung, Seiten aus dem Formelbuch und Ihre Bearbeitung. Deswegen macht es durchaus Sinn, dieses Buch sozusagen in einem Stück zu bearbeiten, entweder, indem Sie sich dieses Papierexemplar besorgen, kaufen. Sie können das natürlich auch ausdrucken. Oder aber Sie arbeiten digital, wenn Sie ein Tablet zur Verfügung haben und schreiben dann in diese PDF-Datei rein. Das können Sie auch machen. Aber ich gehe davon aus, ich muss davon ausgehen, dass Sie dieses Heft haben, weil sonst kommen wir irgendwie nicht voran. So, das ist dieses Arbeitsbuch. Ich werde also auch später in dieses Buch reinschreiben, und zwar in der App OneNote. Vielleicht kennen Sie die schon, vielleicht noch nicht. OneNote ist letzten Endes nichts anderes als ein Notizbuch mit zahlreichen Funktionen, Volltextsuche, Handschrifterkennung und so weiter. Und in diesem OneNote-Buch oder OneNote-Kurs sind letzten Endes alle Elemente auch enthalten, die das Heft enthält und auch weiterführende Informationen. So, Arbeitsheft Sommersemester 20, da finden Sie also kapitelweise die Inhalte des Heftes. Und wenn ich jetzt mal auf einen Inhalt gehe, dann sehen Sie, dass da auch weiterführende Links und Informationen enthalten sind. So, wie kommen Sie jetzt in dieses OneNote-Heft rein? Über den Link in OLAT, Notizbuch in OneNote. Wenn Sie diesen Link hier letzten Endes in Ihren Browser ziehen und die Seite öffnen, dann öffnet sich in Ihrem Browser die Leseansicht meines OneNote-Heftes. Das heißt, wenn ich jetzt später hier etwas reinschreibe, was auch immer, dann werden Sie das automatisch synchronisiert in der Leseansicht auch finden. Das hat den Hintergrund, dass wir Sie mit möglichst allen Informationen verlustfrei versorgen wollen. Das heißt, wenn wir thematisch in das Modul einsteigen und ein Thema bearbeiten und ich anhand irgendeiner Aufgabe was erkläre und Sie nicht die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen oder später Ihre Mitschriften vergleichen wollen, dann können Sie über den Leselink sehen, was ich geschrieben habe. Oder wenn Herr Hilger später ein Tutorium veranstaltet mit Ihnen, können Sie auch sehen, was Herr Hilger in ein Tutorium geschrieben hat. Und das ist jetzt natürlich erstmal nur eine Mitschrift, aber die Mitschrift funktioniert auch so, dass Sie sich, aber da müssen Sie sich einfach mit den Funktionen vertraut machen, wenn ich mir das jetzt mal fürs Wintersemester anschaue, es auch so ist, dass Sie sich anschauen können über den Punkt Wiedergabe, können Sie sich anschauen, in welcher Reihenfolge ich etwas geschrieben habe. Da fehlt jetzt dann zwar noch der Ton dazu, also es ist kein Video-Mitschnitt mit Ton, aber gerade bei Skizzen oder auch bei grafischen Herleitungen, bei vielleicht aufwendigeren Rechnungen, Berechnungen, ist es vielleicht auch interessant, so eine Wiedergabe laufen zu lassen und zu sehen, in welcher Reihenfolge irgendetwas entwickelt wurde. Und das können Sie auch ganz einfach über OneNote entsprechend tun. Ich breche das mal hier ab. Schluss, Maus, Ende. So, weg. Das heißt, OneNote hat Einschränkungen, ganz klar, also Ausdrucken aus OneNote ist wirklich nicht gut gelöst, aber ganz viele Vorteile und aus unserer Sicht überwiegen die Vorteile. So, das ist auch eben gesammelt in dem OLAT-Kurs. Also OLAT ist quasi die Datenbank, so können Sie sich das vorstellen, des Kurses PHKO 1. Also wenn Sie irgendwann, und das werden Sie vergessen, vielleicht irgendwie haben, nächste Woche oder am Wochenende, wenn Sie nochmal reingucken wollen, wie kam ich jetzt nochmal in den OneNote-Kurs, dann finden Sie alles im OLAT-Kurs. Insofern war es so wichtig, Sie möglichst schnell alle in diesen OLAT-Kurs reinzukriegen. So, digitale Lernelemente, da waren wir stehen geblieben. Also wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Das geht am einfachsten, dann gebe ich Ihnen das Wort, dann sprechen Sie. Das ist ungewohnt für Sie, das gebe ich zu und da tun sich Studierende auch immer schwer mit am Anfang, aber das ist die schnellste Art und Weise, Fragen zu stellen oder schreiben in den Chat oder schreiben in die Slack-Gruppe. Deswegen schiele ich hier so ein bisschen rum, indem ich auf den zweiten Bildschirm gucke. So, digitale Lernelemente, wichtigste ist das Arbeitsheft. So, dann gibt es, hatte ich erwähnt, zahlreiche Videos, die wir im Wesentlichen sammeln an dieser Stelle in Panopto. Das ist der Videoserver des Hochschulverbundes Virtueller Campus Rheinland-Pfalz, VCRP. Und eingebettet in die OLAT-Seite sehen Sie den Videoordner, meinen Videoordner zum Kurs PHKO1. Sie können also, Sie haben Zugriff über den OLAT-Kurs. Sie können sich aber auch letzten Endes über die Links im OLAT-Kurs direkt zu Videos bewegen. Sie können aber auch über diesen Link zum Beispiel sich anschauen. Veranstaltungen Sommersemester, da finden Sie jetzt, wie gesagt, diese zwei Videos, die auch auf der Startseite sind und können sich die dann entsprechend anschauen. Da werde ich in diesen Ordner Veranstaltungen Sommersemester 2020 werde ich auch alle Videos reinladen, die in diesem Zoom-Raum entstehen. Also die Aufzeichnung von heute werde ich da hochladen und auf weitere Aufzeichnungen landen alle in dem Ordner Veranstaltungen Sommersemester 2020. So, gehen wir mal einen Schritt zurück. In den Ordnern Lernphase A bis F, das sind letzten Endes die Lernphasen auch ihres Heftes. Das ist also gleich bezeichnet. Also wenn wir uns anschauen, Lernphase B1 wären die homogenen Bauteile. Gerade hochscrollen, dass Sie das Deckplatz sehen. So, homogene Bauteile, Lernphase B1, finden Sie also in diesem Ordner B1-Aufgaben. B1-1, B1-2 und so weiter. Und diese Nummerierung B1-3 entspricht dann letzten Endes auch der Aufgabe, hoffentlich. Es können immer Probleme entstehen oder Falschnummerierungen. B1-3, da sind wir, B1-3, ist dann diese Aufgabe hier. Da sehen Sie einen QR-Link. Das heißt, über diesen QR-Link landen Sie letzten Endes bei dem Video B1-3 in dem Ordner B auf der Videoplattform von Panopto. Das heißt, wenn wir Ihnen später sagen, bereiten Sie sich vor, bereiten Sie sich nach, indem Sie die Aufgaben B1-1, B1-2, B1-3, was auch immer, bearbeiten, dann sollten Sie das natürlich erst mal selbstständig tun. Wenn Sie an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen oder wenn Sie später vergleichen wollen, ob Sie richtig gearbeitet haben, können Sie sich auch das Video angucken dazu. So ist das gedacht. Das heißt, über die Unterordner landen Sie letzten Endes bei den einzelnen Lernphasen und Themen, im Wesentlichen bei Aufgaben. Und das, was wir an der Stelle jetzt noch ergänzen müssen aufgrund der besonderen Situation des Semesters, sind Einführungsvideos in die einzelnen Themenblöcke. Das heißt, Sie finden noch nicht ein allgemeines Video, wenn ich mal hochgehe, dass Sie in das Thema homogene Bauteile einführt. Also so ein theoretisches, kurzes Einführungsvideo in das Thema, in den Themenblock B. Und das werden wir jetzt Schritt für Schritt, so wie der Lernfortschritt sein soll, sozusagen noch erstellen. In der Form, wie Sie es jetzt hier sehen, letzten Endes von zu Hause aus meiner Dachkammer, werde ich diese Videos entsprechend erstellen und dann auch hochladen, letzten Endes, in diese Themenordner hier. Sie können sich das abonnieren auch. Also es gibt sowas wie einen RSS-Feed. Das funktioniert so ähnlich wie ein Podcast. Das heißt, Sie kriegen automatisch, wenn Sie eine entsprechende App oder einen Reader haben, eine Mitteilung, da ist was Neues hochgeladen worden. Wir werden Ihnen aber auch dann letzten Endes in diesen virtuellen Veranstaltungen mitteilen, was Sie zum Thema nachbearbeiten sollen, was Sie für das nächste Thema vorbereiten sollen, sodass wir Ihnen da möglichst einen roten Faden geben können, der keine Unterbrechungen hat. Das ist natürlich in dem Semester, wo viel virtuell stattfinden soll, wichtiger, noch wichtiger als sonst. In tatsächlichen Veranstaltungen können Sie viel eher Ihre Kommilitonen-Fragen einfach mal so, was war denn das, wo hatten der das jetzt her, als jetzt über Distanz. Insofern ist dieses Thema Kommunikation sehr wichtig. Womit wir im Prinzip auch schon beim nächsten Unterpunkt sind, nämlich dem Punkt informelle Kommunikation. Also möglichst schnell, möglichst einfach möchte ich mit Ihnen kommunizieren und sollen Sie auch untereinander kommunizieren in beliebigen Gruppen. Sie können Gruppen auch teilweise selber zusammenstellen. Und da ist uns nichts Besseres eingefallen und wir haben auch ein bisschen rumgetestet und gesucht als Slack. Einige von Ihnen, wir haben nicht genau rausgefunden, warum uns hier so wenige angezeigt werden, ist aber auch egal, haben es schon in diese Slack-Gruppe geschafft. Und Slack ist letzten Endes, funktioniert mindestens so einfach wie WhatsApp. Also es gibt eine App für Ihr Handy, für Ihr Smartphone und Sie können Direktnachrichten an Mitglieder dieser Liste schreiben. Also ich könnte jetzt Herrn Hilger letzten Endes eine Nachricht direkt schreiben, die kann sonst keiner lesen. Ich kann Herrn Hilger auch anrufen über diese Videotelefonie hier oben. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil ich zwei Videos gleichzeitig dann laufen hätte. Ich kann auch mehrere Leute zu einer Chatgruppe zusammenfügen, indem ich die hier auswähle. Und es gibt, und das ist für uns so der Hauptmehrwert, es gibt gewisse Channels. Das sind, ja, ich würde mal sagen, Diskussionsforen, Kommunikationsforen zu bestimmten Themen. Und dadurch gewinnt die ganze Kommunikation mit Ihnen eine Struktur, die ich über WhatsApp nicht hätte. Das heißt, in diesem Channel, in diesem Diskussionsstrang allgemein landen so allgemeine Informationen wie gestern zum Beispiel die Infos über das Zoom-Meeting. In dem Channel Fragen möchte ich alle Fragen, die Ihnen kommen, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, während unseres Zoom-Meetings, wann auch immer Ihnen Fragen kommen, hätte ich die dringende Bitte an Sie, dass Sie die in diesen Channel Fragen reinschreiben. Warum? Nicht uns persönlich direkt, Sie könnten ja auch eine Gruppe machen mit Herrn Hilger, Herrn Mock und mir, weil ganz viele Ihrer Studierenden, Kollegen, Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen sicherlich dieselbe Frage haben werden im Laufe des Semesters oder die Frage noch nicht hatten, aber wenn Sie Ihre Frage lesen, merken, stimmt, ist eine gute Frage, hätte ich jetzt auch keine Antwort drauf. Und das können sein, das sollen sein fachliche Fragen, ich habe das Thema nicht verstanden oder ich habe mir das Video angeguckt, ich komme auf eine andere Lösung, ist vielleicht ein Fehler in Ihrem Film, kann immer mal sein, all das möchte ich sammeln in diesem Channel Fragen, weil so habe ich die Möglichkeit, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Unterhaltung mit dem Herrn Hilger, habe ich die Möglichkeit, einen sogenannten Thread zu starten mit Herrn Hilger, mit einem Eintrag von Herrn Hilger jetzt hier zum Beispiel, dass ich sage, ich starte jetzt eine Diskussion zu diesem einen Punkt, zu der Frage, die Sie gestellt haben, und zwar nur zu der Frage entsteht dann nochmal so ein Unterhalt Diskussionsstrang und so kann ich, so können Sie auch später sehr gut nachvollziehen, da wurde eine Frage gestellt, die lese ich dann und dann sehe ich sozusagen, da ist ein Diskussionsprozess entstanden im Laufe der Zeit, den kann ich mir dann angucken, den kann ich aufklappen. So und da kann jeder was, da soll auch jeder was dazu beitragen, also wenn Sie uns was fragen, dann werden Herr Hilger, Herr Mock und ich das beantworten, früher oder später, eher früher als später, Sie können sich aber auch gegenseitig Fragen beantworten, so ist es gedacht. Später wird dann der Punkt Klausur natürlich für Sie relevant, ich habe ihn mal reingenommen und es wird auch Sinn machen, ab einem gewissen Zeitpunkt speziell über das Bauprojekt vielleicht auch zu kommunizieren. Was das ist, würde ich für heute vielleicht erst mal ein bisschen zurückstellen wollen. Deswegen finde ich es so wichtig und dieser Slack Bot, der sagt mir jetzt jedes Mal, wenn jemand eingetreten ist in diese Slack Gruppe, deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns so verständigen, dass wir so diese informelle Kommunikation, die schnell gehen soll, dass wir die über Slack sozusagen gemeinsam durchführen. Sie können sich individuell einstellen, wie Sie benachrichtigt werden wollen, Sie können Ruhezeiten einstellen, Sie können sagen, dieser Channel allgemein, der nervt mich jetzt, da stelle ich die Mitteilungen aus, dann wird der nur fett sozusagen, wenn einer was reinschreibt. Stefan, du hörst ja hoffentlich zu, ich kann auch mal dein Mikro freigeben, dann kannst du auch was sagen, wenn du möchtest, schreib doch einfach mal was in die Gruppe allgemein rein. Guten Morgen, ja, das kann ich natürlich machen. kann auch sein, dass ich Sie jetzt gnadenlos fragen, ist ja egal, da ist auch was drin, dann sehen Sie, dass halt der Punkt fett ist, wenn Sie also nicht benachrichtigt werden wollen, wenn da was Neues ist, sehen Sie immer mal wieder, wenn Sie in die Gruppe gucken, da ist was aufgetaucht, wo finde ich das Aufgabenheft und jetzt könnte ich sagen, ich starte so ein Thread, naja, bei dir. Auch bei dir. So, nicht ganz ernst gemeint, logischerweise. Und so kann ich sehen, hier ist eine Frage gestellt worden, da gibt es jetzt bislang eine Antwort, die kann ich mir angucken und sehe dann hier letzten Endes in dem Thread, in dem Diskussionsstrang alle Antworten zu dieser Frage, Ergänzungen zu dieser Frage. Ich kann Dateien hochladen, ich kann Bilder hochladen, ich weiß gar nicht, ob ich auch Audios hochladen kann, habe ich noch nicht probiert, und das bringt einfach eine Struktur in die ganze Geschichte rein, die, glaube ich, uns gerade in der besonderen Situation dieses Semesters sehr helfen wird. Insofern, der Aufruf, kommen Sie alle in diese Slack-Gruppe, Sie können bei der Anmeldung entscheiden, welche E-Mail-Adresse Sie angeben, Sie werden also nicht gezwungen, Ihre Hochschuladresse anzugeben, Sie können irgendeine Schrott-E-Mail-Adresse, Wegwerf-E-Mail-Adresse angeben, sobald Sie einmal drin sind in dieser Slack-Gruppe, brauchen Sie die E-Mail auch nicht mehr. Insofern bietet es auch so eine gewisse Datensparsamkeit, die ich bei WhatsApp auch nicht hätte. Also ich möchte Ihnen eigentlich nicht meine Handynummer geben, ich brauche auch nicht Ihre Handynummer, insofern ist das so eine ganz gute Art und Weise, finde ich, schnell, einfach, unkompliziert, zeitgemäß mit Ihnen zu kommunizieren. So, das ist der Punkt informelle Kommunikation, wie kommen Sie in diese Slack-Gruppe rein, wieder über OLAT, über diesen Link, das ist ein Zugangslink in diese Slack-Gruppe, die unbefristet, dieser Link gilt unbefristet, sodass Sie jederzeit in diese Slack-Gruppe rein können, Sie können sich auch natürlich jederzeit wieder austragen. Dann gibt es den Punkt virtuelle Veranstaltung, der offensichtlich bei Ihnen funktioniert hat, sonst wären Sie nicht hier. Es gibt ein kurzes Video, drei Minuten, 20, wie Zoom-Meeting funktioniert, das ist denkbar einfach, Sie sitzen hier, Sie hören zu, später macht es Sinn, dass Sie auch, so wäre mein Wunsch, auch kommunizieren mit mir, ich weiß, dass man sich da selber schwer tut, ich brauche auch kein Video von Ihnen, Sie sehen, als eben Stefan Mock gesprochen hat, dass sein Recht der Grün wurde, also über so eine Video-Übersicht sehen Sie selber, wer gerade spricht. Wie gesagt, ich habe es so eingestellt, dass ich Ihnen das Mikro geben kann und wieder wegnehmen kann, weil es einfach mit mittlerweile 24 Teilnehmern nicht Sinn macht, dass jeder sein Mikro auf hat, sondern das vergebe ich dann, es ist die einfachste Art, Fragen zu stellen oder auch Feedback zu geben. Das werden wir später merken und da kann ich Sie nur auffordern, tut nicht weh, nutzen Sie die Möglichkeit, geht schneller als zu schreiben. So, dann gibt es einen Punkt, Sprechstunden, den hatte ich sowieso anders geregelt dieses Semester, weil der Punkt in letzter Zeit öfter kritisiert wurde bei mir. Das ist das Thema Erreichbarkeit Sprechstunden. Es hat sich jetzt natürlich ein bisschen reduziert auf die Online-Variante, aber das möchte ich so oder biete ich Ihnen so an, dass es einen Link gibt, den kann ich auch gleich in die Slack-Gruppe stellen, dass Sie nicht immer über OLAT kommen müssen, dass Sie sich quasi wie bei manchen Hautärzten selber einen Termin buchen können. Das heißt, wenn Sie Gesprächsbedarf haben und mit mir persönlich sprechen wollen, am liebsten auch über Zoom auf die Art und Weise, dann können Sie über diesen Punkt Sprechstunden, indem Sie hier draufdrücken, gelangen Sie zu einer Terminübersicht und sehen jetzt alle möglichen Termine blau hinterlegt und wenn Sie sagen, okay, Donnerstag passt mir ganz gut, dann sehen Sie alle möglichen Uhrzeiten, zu denen ich Ihnen ein ungefähr halbstündiges Gespräch erstmal anbieten kann, Telefonat anbieten kann oder so ein Zoom-Meeting anbieten kann. Wenn Sie sagen, okay, 11 Uhr passt mir ganz gut, dann klicken Sie da drauf, gehen dann auf Bestätigen und dann müssen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen und kurz Ihr Anliegen beschreiben. Warum Ihre E-Mail-Adresse? Naja, Sie bekommen eine Bestätigungse-E-Mail, Termin gebucht, dann und dann, der und der Raum und die Zugangsnummer in den Zoom-Raum direkt mitgeschickt. Ich kriege eine E-Mail, das wird sofort in meinen Kalender eingetragen und über diese E-Mail können Sie den Termin auch selber wieder absagen oder verschieben und ich kann das auch. Insofern ist es wichtig, dass Sie dann bei der Bestätigung auch eine E-Mail angeben, die Sie abrufen. Und so hoffe ich, dass Sie möglichst schnell, einfach und unkompliziert, zeitnah einen Termin finden für ein individuelles Gespräch. Wenn, das habe ich auch vor, so eine Art Gruppenfragestunde auch anzubieten, dann werde ich das Ganze über diesen Punkt PHKO 1 online machen. Das ist quasi ein Gruppentermin, den ich Ihnen anbiete. Da müssten wir uns dann noch über den genauen Wochentag und die Uhrzeit verständigen. Momentan habe ich den jetzt erst mal auf donnerstags 16.30 Uhr gelegt, auch als Zoom-Meeting in der Art und Weise, mit dem Gegenstand oder Inhalt, Fragen zu beantworten zur Vorbereitung, Nachbereitungsphase. Also der Termin jetzt, die Uhrzeit jetzt, dienstags um 10 Uhr, das wäre so mein Vorschlag, soll quasi die Vorlesung ersetzen und der Termin, ob das jetzt ein Donnerstag ist, ob der Donnerstag gut oder schlecht ist, das würde ich noch mal abfragen, soll eine Gruppensprechstunde letzten Endes sein, zu der Sie sich aber auch anmelden sollen. Wenn sich keiner anmeldet, sehe ich einfach, erstens, da ist momentan kein Bedarf und andere können halt noch Einzeltermine buchen. Insofern ist das jetzt erstmal der Vorschlag, Donnerstag 16.30 Uhr, aber den Termin werde ich noch, da werde ich noch eine Umfrage in Slack stellen, ob der passt oder ob der nicht passt. Ich ziehe gerade mal das Slack-Fenster raus, falls Sie irgendwie schon Fragen da hinterlassen. Also das ist der Punkt Sprechstunden. Der wird vielleicht am Anfang noch gar nicht so wichtig werden. Sie sehen hier noch eine andere Gruppensprechstunde zu einem weiteren Modul. Das betrifft Sie aber jetzt nicht. So, das ist der Punkt Sprechstunden. Dann gibt es den nächsten Menüpunkt Kursunterlagen. Da hatten wir schon das Aufgabenheft angesprochen. Es gibt auch eine Literaturliste mit einigen Normen. Bauwesen ist sehr normenlastig, diennormenlastig. Insofern arbeiten wir immer mal wieder mit Normen zusammen. Die wesentlichen Auszüge aus diesen Normen sind aber in Ihrem Arbeitsheft. Das heißt, Sie brauchen nicht diese Normen als Volltext. Die haben teilweise mehrere hundert Seiten, sondern die wesentlichen Inhalte sind entweder im Arbeitsheft drin oder wir weisen Sie dann noch rechtzeitig darauf hin, dass Sie eine gewisse Norm brauchen. Wo bekommen Sie die her? Sie bekommen Normen aus der sogenannten Perinorm-Datenbank. Kann ich direkt mal gucken, ob der Link funktioniert. Da bin ich schon, Perinorm-Datenbank. Ich bin aber jetzt nicht im Hochschulnetz, deswegen bin ich da nicht im Vollzugriff drin. Sie bekommen den Zugriff auf diese Perinorm-Datenbank, indem Sie entweder im Hochschulnetz sind, was momentan nicht so gut geht, weil Sie ja außerhalb der Hochschule sind, oder aber Sie haben einen sogenannten VPN-Tunnel. Über VPN müsste es auch klappen. Jedenfalls klappte es letzte Woche noch. Wie Sie einen sogenannten VPN-Tunnel einrichten, können Sie auf der Seite des Rechenzentrums der Hochschule nachlesen. Und wenn Sie so einen VPN-Tunnel eingerichtet haben, haben Sie eben Zugriff unter anderem auf diese Normen-Datenbank von Perinorm. Da gibt es eine Suchmaske und da können Sie die entsprechende DIN-Norm-Nummer eintragen und können sich dann das PDF runterladen. Dann gibt es einige Bücher, die wir verwenden, die Auszugsweise, also das Formelbuch zum Beispiel, was Sie da links sehen, in der aktuellen Version, finden Sie auch wiederum im Arbeitsheft. Ich gehe mal gerade ins Arbeitsheft rein. Nehmen wir zum Beispiel die Rubrik Baustoffkennwerte. Dann sehen Sie hier die Baustoffkennwerte aus diesem Arbeitsbuch, aus diesem Tabellenbuch. Ich darf das so rüberziehend verwenden, weil die Hochschule nämlich einen Rahmenvertrag mit dem Springer Verlag hat und Ihnen diese Bücher auch kostenlos als PDF zur Verfügung stehen über das elektronische Angebot der Bibliothek, was wiederum nur über Hochschulnetz oder VPN-Tunnel funktioniert. Insofern darf ich das verwenden und es an Sie weiterleiten. Das heißt, die wesentlichen Inhalte dieses Tabellenbuchs sind, ich gehe jetzt noch mal in homogene Bauteile, sind in diesem Arbeitsbuch von uns drin. Das zum Beispiel ist ein Auszug letzten Endes aus dem Tabellenbuch, hier das, sodass Sie wirklich nur, das war auch eine Kritik aus den vergangenen Semestern, nicht das Tabellenbuch sich kaufen müssen und das Arbeitsheft, sondern dass das alles kompakt letzten Endes in diesem Arbeitsbuch drin ist. Deswegen sind das auch so viele Seiten geworden. Vorteil ist aber, dass Sie sich dieses Buch nicht kaufen müssen. Das kostet auch, glaube ich, 30 Euro, wenn Sie es kaufen im Buchhandel und ist wieder überholt, wenn Sie die Hochschule verlassen. die PDF-Datei ist ein bisschen unhandlich in der Klausur, also es war für uns auch so ein bisschen schwierig, insofern haben wir das eingearbeitet. Wenn Sie trotzdem das haben möchten, dann laden Sie sich doch einfach die PDF-Datei runter, da gibt es dann noch umfassende Informationen zu den Themen, die wir vielleicht nur oberflächlich behandeln können. Dann gibt es ein Aufgabenbuch auch dazu, also Sie sehen, das sind auch jeweils Links, wenn Sie also im Hochschulnetz oder über VPN drin sind. Dann kommen Sie über den Link auch direkt zu der Digitalausgabe. Die Aufgaben aus dieser Aufgabensammlung, Praxisbeispiele zur Bauphysik, sind auch wiederum in Ihrem Arbeitsheft. Ganz hinten, Übungs- und Vertiefungsaufgaben, finden Sie hier einige, auf die wir dann auch Bezug nehmen im Arbeitsheft. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. In diesem Arbeitsbuch, in diesem Aufgabenbuch sind die Aufgaben drin und die Lösungen. Bei uns im Arbeitsheft sind nur die Aufgaben drin, weil wir die mit Ihnen erarbeiten möchten. Sie sollen die erarbeiten und wir wollten auch ein paar Seiten sparen. Insofern haben wir nur die Aufgaben abgedruckt und nicht die Lösungen. Wenn Sie die Lösungen auch haben wollen, laden Sie sich halt das Buch als PDF runter, aber Sie sollten den Lerneffekt nicht unterschätzen, wenn Sie eine Aufgabe selber erarbeiten, ohne den Lösungsweg zu kennen. Dann sind zwei Bücher aufgelistet, die so, ja, das ist das Standardwerk der Baukonstruktion. Frick, Knöll, Neumann war es früher noch als dritter Herausgeber, auch aus dem Springer Verlag. Die kosten jeweils, glaube ich, so um die 50, 60 Euro und Sie erhalten die PDF kostenlos. Das heißt, sehr vertieftes Wissen zum Thema Baukonstruktion finden Sie in diesen Büchern viel tiefer, als wir letzten Endes in den, im Arbeitsheft letzten Endes behandeln können. Also wir werden, das sind absolute Grundlagen, die wir behandeln können aufgrund der knappen Zeit in Baukonstruktion und vertiefte Kenntnisse können Sie sich dann aneignen, auch im Laufe Ihres Studiums, wenn es um Stahlbau geht, um Stahlbetonbau geht, um Anschluss von Fassaden oder sowas, finden Sie immer mal wieder interessante Zeichnungen, Angaben in diesen Büchern. Insofern lege ich es Ihnen ans Herz, sich die PDF entsprechend zu besorgen. Und als letzten Literaturtipp, ein Buch von vielen zum Thema Mathematik, Vorkurs, Brückenkurs, Mathematik. Ich weiß nicht genau, ob Herr Bärweiler auch ein Buch empfiehlt zum Selbststudium im Fach Mathematik. Wir in der Physik brauchen gar nicht viel Mathematik. Also das Schlimmste, was Ihnen da über den Weg laufen wird, ist der Logarithmus. Aber letzten Endes wenden wir Formeln an und Sie leiten die nicht her. Insofern brauchen wir selber gar nicht viel Mathematik. Manchmal stellen Sie aber trotzdem vielleicht Defizite fest, wenn es um gewisse Themen geht. und da finde ich dieses Buch ganz gut zum Nachschlagen dann. Da gibt es dann auch Übungsaufgaben punktuell zu gewissen Themen. Auch das dann als PDF über die elektronische Bibliothek der Hochschule. So, das wären diese Literaturliste. Sie brauchen davon nichts zwingend. Das sind Empfehlungen. Die wesentlichen Teile, wie gesagt, finden Sie alle in diesem Heft. So, der Ordner Kursunterlagen Wintersemester 19-20, den dürften Sie eigentlich gar nicht sehen, sondern wir werden einen neuen anlegen, falls wir da Dateien verteilen wollen. Dann möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, auf einen Podcast, den ich erstelle, betreue, wie auch immer, auflege. LGD steht für leere Gebäude digital. Sinn dieses Podcasts ist, Ihnen das Berufsbild, das Berufsfeld Bauwesen näher zu bringen. Ihr erstes Semester ist sehr mathematiklastig und auch statiklastig, sodass vielleicht relativ schnell der Eindruck entstehen könnte, dass konstruktiver Ingenieurbau sozusagen vielleicht alles ist. Das ist aber nicht alles. Das ist keine Wertung, sondern das Gebiet ist sehr viel bunter, sehr viel breiter. Insofern finden Sie hier Gespräche mit Menschen aus der Berufspraxis. Das neueste Gespräch mit Frau Höhner. Da taucht zum ersten Mal tatsächlich auch die Bauphysik auf. Ansonsten habe ich auch mit zum Beispiel Herr Stefan Fitzau gesprochen, der Luft- und Raumfahrtechnik studiert hat und jetzt Häuser baut. Oder auch unserer Kollegin Frau Kirchner, die Landschaftsarchitektin ist. Sie finden Interviews mit einem Sachverständigen, Herr Schütte. Sie an, die Bauingenieurwesen studiert haben vorher und so weiter. Also Ziel soll wirklich sein, Ihnen ein möglichst breites Spektrum anzubieten. Das sind Interviews, die dauern so eine gute Stunde lang. Sie können aber auch mit einem guten Podcast Player App kapitelweise springen und da so sich durchhören. Es gab ansonsten auch immer die Vortragsreihe Baupraxis bei uns an der Hochschule alle zwei Wochen dienstags abends, die natürlich jetzt auch gecancelt wurde. Also die wird nicht stattfinden dieses Sommersemester. Die sollte Ihnen auch den Einblick in die Berufspraxis ermöglichen durch persönliche, durch Vorträge letzten Endes von Referenten. Das wurde jetzt erstmal eingestellt und findet auch erstmal nicht statt. Insofern ist das vielleicht die Möglichkeit trotzdem Einblick zu bekommen, ich hoffe auf kurzweilige Art und Weise, durch diese Interviews, durch den Podcast, den Audio Podcast. Finden tun Sie diesen Podcast in Spotify, über iTunes, über jeden Podcast Player. Sie finden den in OLAT letzten Endes. Suchen Sie nach meinem Namen oder nach Lehre Gebäude Digital. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die Schnelle Ihnen das Logo zeigen kann, aber kann ich mal versuchen und abonnieren einfach den Kanal. Vielleicht kommt ja dann irgendwann ein interessantes Thema für Sie. Es ist ja auch nicht gesagt, dass jedes Thema Sie interessiert. Also das ist so das Logo dazu. Ich versuche das einmal im Monat zu füttern. Hören Sie doch einfach mal rein. Das ist der Podcast. So, dann geht's weiter. Im Punkt, ich gucke immer mal so, ob Fragen reinkommen, ansonsten hoffe ich, dass Sie nicht eingeschlafen sind oder einfach das Ding laufen lassen. Sie können als studentische Hilfskraft sich bei uns bewerben. Und einen Punkt möchte ich noch nennen, das ist Organisatorisches. Wie der Name sagt, naja, da ist die Struktur genannt. auf das Ding gehe ich gleich nochmal kurz ein. Es gibt den Punkt Semestergruppe, den Sie vielleicht schon gefunden haben. Also für uns wäre es auch wichtig, dass Sie nicht nur in den OLAT-Kurs reinkommen, sondern sich hier auch in Ihrem Studiengang wiederfinden. Sie sollten sich dann in Ihrem Studiengang einschreiben. Das hat keinerlei Prüfungsrelevanz oder sonst irgendwas. Das dient nur unserer Strukturierung, weil manche Studiengänge haben eine Studienleistung, andere haben keine Studienleistung. Insofern ist das für uns interessant zu wissen, wie viele Studierende in welchem Studiengang bei uns sind. Dann gibt es den Punkt Projektgruppe. Ich weiß gar nicht, ob das schon freigeschaltet wurde. Das hat mit Ihrem Bauprojekt zu tun. Gehen wir später drauf ein. So, dann gibt es noch zwei Punkte, die wichtig sein werden. Das ist einmal der Punkt Mitteilungen. Da werde ich alle offiziellen Mitteilungen reinschreiben. Die erreichen Sie dann per E-Mail. Das heißt, Sie sollten zum einen hier oben die Änderungen abonnieren über diesen Schieberegler. Dann kriegen Sie automatisch eine E-Mail, wenn ich da was reinschreibe. Und Sie können über Ihre Einstellungen hier oben über die Einstellungen hier oben können Sie einstellen, wie oft Sie, wie regelmäßig Sie eine Mail bekommen möchten von OLAT, was es Neues gibt. Also, das kann gehen von stündlich oder sofort bis hin zu einmal am Tag. Dann kriegen Sie einmal am Tag eine E-Mail, eine gesammelte E-Mail, was ist Neues passiert in OLAT in meinen abonnierten Kursen. So, und wenn Sie das entsprechend hier abonniert haben, bekommen Sie wie gesagt eine Mitteilung, so oft Sie möchten, also Sie kriegen sie nur einmal, so schnell Sie möchten, wenn ich hier offiziell was reinschreibe. Das Gleiche gilt letzten Endes auch für den Kalender in PHKO 1, da sind alle Termine genannt. Für heute habe ich den schon angepasst auf 10 Uhr, das würde ich für die anderen Termine auch machen und Sie finden dann auch jeweils den Ort, wo es stattfindet und auch den Punkt sollten Sie die Änderungen abonnieren. Das hat den Vorteil, dass Sie einfach sicher sind, wenn wir irgendeinen Termin verschieben müssen, kriegen Sie hoffentlich daran denken, Ihnen das dann über Slack zu schreiben und so weiter, sodass wir Sie möglichst sicher erreichen können. So, gleich sind wir durch. Dann gibt es noch den Punkt Kurs Inhalt. Das ist jetzt noch mal die letzte Art und Weise, wie wir Ihnen die Themen des Moduls näher bringen wollen. Ich gehe da jetzt auch mal in die Phase B rein. Das heißt, Sie haben hier auch thematisch aufgelistet die Inhalte des Heftes in allgemeiner Form, zum Beispiel Wärmeübergangswiderstand und verlinkt ein kurzes Erklärvideo dazu. Jetzt sehen Sie schon am Symbol, dass es nicht Panopto ist, sondern das ist YouTube. Als es Panopto so noch nicht gab, in der Art und Weise, habe ich über meinen YouTube Channel, den Sie auch abonnieren können, gewisse Videos hochgeladen und zur Verfügung gestellt. Mache ich nicht mehr so regelmäßig aufgrund der Datenschutzrichtlinien, die mittlerweile gelten und YouTube ist da ja sehr einnehmend, was Datensammeln angeht. Insofern ist mein Hauptkanal eigentlich dann Panopto geworden. Gewisse ältere Videos nach wie vor über YouTube sozusagen verfügbar, die werden ja nicht schlecht. Insofern finden Sie hier nochmal gewisse Themen auf eine andere Art und Weise erklärt. Zu U-Werten zum Beispiel nochmal, sagt Ihnen jetzt vielleicht noch nichts, verlinkt durchaus auch andere Videos anderer Hersteller, die gut sind. Ein U-Wert ist ein U-Wert, wenn das Video gut ist, bleibt es gut und dann verwende ich das auch. Und Sie finden die Videos des Arbeitsheftes nochmal verlinkt und Sie finden einen Test dazu. Den jetzt bitte nicht mal aus Neugierde ausprobieren. Das ist also ein Multiple Choice Selbsttest mit sechs Fragen zu jeder Lernphase. An und für sich wollten wir die einbinden als Teil ihrer verpflichtenden Studienleistung, dass jeder, jede von Ihnen die Tests der Lernphasen machen muss, weil wir so sicherstellen wollen, dass Sie auch in dem empfohlenen Tempo sich die Themen selbst aneignen. Wir müssen aber überlegen, jetzt Hochschulintern, wie wir mit dem Thema Studienleistung, Prüfungsleistung umgehen. Insofern hätte ich die Bitte an Sie, dass Sie diese Selbsttests noch nicht durchführen, sondern da werden wir dann später noch mal was zu sagen. Also diese Rubrik Kursinhalt ist quasi noch mal ein gespiegeltes Thema zum OneNote Kurs, die gleichen Nummerierungen, die gleichen Inhalte. So, dann sind wir durch, so gut wie. Es wird demnächst freigeschaltet, der Reiter Studienleistung, Sommersemester 20 und Prüfungsleistung, Klausur ist schon freigeschaltet. Da werden wir aber noch mal separat was zu erläutern, weil wir einfach noch nicht wissen, wie geht das Semester weiter, wie möchten wir das mit Ihnen durchführen. An der Stelle vielleicht nur ganz kurz gesagt, Ihr Modul hat nach Prüfungsordnung zwei verpflichtende Elemente. Das ist einmal die Studienleistung. Die wird nicht benotet, die müssen Sie bestehen. Sie haben dafür beliebig viele Versuche. Wir werden einmal pro Semester die Studienleistung anbieten und abrufen und bewerten und mit Bestehen verbuchen. Wenn Sie die Studienleistung nicht bestehen, können Sie dies nächstes Semester noch mal machen, so oft Sie möchten. Sie kriegen aber erst die 5 ECTS für das Modul PHKO1 anerkannt, wenn Sie sowohl die Studienleistung bestehen als auch die Klausur. Und die Klausur, naja, ist irgendwie selbsterklärend, ist bislang gewesen eine schriftliche Prüfung über 90 Minuten am Ende des Semesters mit dem Thema des Semesters. Sie können sich gerne schon mal, wenn Sie wollen, alte Klausuren anschauen. Die finden Sie alle hier aus den verschiedenen Semestern. Wenn Sie neugierig sind, gucken Sie es an. Ob wir dieses Semester eine Klausur durchführen können überhaupt, hängt davon ab, ob haben wird. Und das wissen wir alles noch nicht. Insofern kann ich Ihnen jetzt nur mitteilen, wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir eine Klausur anbieten können. Auf die herkömmliche Art und Weise, das heißt, Sie werden in einen Raum gesteckt, Sie kriegen ein Aufgabenblatt, Sie dürfen Ihr Arbeitsheft benutzen als Hilfsmittel und dann mit dieser Klausur innerhalb von 90 Minuten lösen. Da gibt es eine Note drauf und das ist auch die Note, die dann auf Ihrem Bachelor Zeugnis auftauchen wird. Also die Note des Moduls PHKO1 ergibt sich ausschließlich über die Klausur und nicht über die Studienleistung. Sie müssen aber beide Teile bestehen, um die fünf Credits einzufahren. So, das war im Prinzip der Online OLAT Kurs. Wie gesagt, klicken Sie alle Punkte an, Sie können nichts kaputt machen, mit Ausnahme der Tests. Da bitte ich Sie, halten Sie sich noch bedeckt, machen noch keinen Test, weil wir das noch einstellen müssen und überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Stefan, habe ich was vergessen zum OLAT Kurs? Nein, das war schon ziemlich umfangreich. Ich würde höchstens noch mal auf die Abos der einzelnen Kurse hinweisen, dass die wirklich wichtig sind, damit sie informiert bleiben. Abos meinst du das Bookmark und das Abonnieren der Mitteilungen und des Kalenders, eigentlich hauptsächlich der Mitteilungen. Richtig. Es gibt natürlich für alle Module des ersten Semesters solche Online-Kurse, solche OLAT-Kurse und die werden alle, denke ich, diese Rubrik Mitteilungen haben und die sollten Sie abonnieren, um einfach alle Infos zu bekommen. Gut, so, da ist jetzt auch schon fast eine Stunde rum. Wäre jetzt meine Frage, ob Sie Fragen haben. Dann gebe ich Ihnen jetzt die Gelegenheit, also Sie haben permanent die Gelegenheit, Fragen zu stellen, bis hierhin. Ansonsten würde ich schon mal zum nächsten Punkt so langsam übergehen, übergleiten. Das sieht nicht so aus. Ich hoffe, dass Sie alle noch an Bord sind. Als nächstes würde ich nämlich jetzt gerne eingehen und Ihnen das Heft etwas näher erläutern und auch das OneNote Notizbuch etwas näher erläutern, dass Sie die Struktur besser verstehen und Abschluss soll dann sein, letzten Endes, dass wir auch ins Thema des Kurses einsteigen. Also, dass wir kurz darüber sprechen, was Sie vorbereiten sollen, lesen sollen, bearbeiten sollen, bevor wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. So, der OneNote Kurs ist, was den Abschnitt Arbeitsheft Sommersemester 2020 angeht, aufgebaut in die Kapitel unterteilt wie das Arbeitsheft selber. Das heißt, Sie finden die einführenden Themen ganz vorne, dann gibt es zwei Unterpunkte, Konstruktion und gehen wir hoch, Klimaschutz, Klimawandel, nachhaltiges Bauen, und so weiter und so fort. Es gibt also sechs verschiedene Themenblöcke, die sinnvollerweise aufeinander aufbauen. Es gibt am Ende des Heftes die Rubrik Material 1 bis 10. Finden Sie dann hier auch nochmal. Auf dieses Material wird punktuell immer wieder Bezug genommen in den Heften. Ich sehe gerade, dass mein Video da oben ein bisschen zittert. das heißt, da finden Sie Ausschnitte aus Verordnungen, aus der Energieeinsparverordnung zum Beispiel oder nehmen wir mal aus einer Lüftungsnorm aus der DIN 1946 Teil 6, das Beiblatt 2 finden Sie da abgedruckt oder Klimadaten, wir werden also auch später mit Klimadaten rechnen. Dieses ergänzende Material finden Sie dann im letzten Teil des Heftes unter Materialien. Ansonsten gibt es natürlich auch einen sinnvollen Aufbau, ich hoffe, dass er sinnvoll ist, sagen wir mal so, des Heftes, den ich ganz kurz vorstellen möchte. Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben, klar, logisch. Ansonsten finden Sie hier auf den Seiten und wer das Heft schon hat, kann das gerne parallel mit aufschlagen. Auf der Seite 4 und 5 das ist eigentlich so das Kernelement, die Kernstruktur der ganzen Veranstaltung. Sinn der ganzen Schose ist, des Moduls PHKO1, Gegenstand ist der Wärmeschutz, energieeffizientes, nachhaltiges Bauen und Ziel soll sein, dass sie in die Lage versetzt werden, die Kenntnisse haben, ein energieeffizientes, nachhaltiges Gebäude zu konstruieren und dafür sind verschiedene Schritte erforderlich. Das hatte ich im Kick-Off-Camp schon mal kurz erläutert, das werden wir auch noch mal vertiefen. Als Überblick ist das unterteilt, also Sie sehen so diese obere Hälfte oberhalb dieser gepunkteten Linie, das sind die einzelnen Themen und Inhalte und in blau kursiv sind das dann die Lernphasen aus unserem Modul und unterhalb der gestrichelten, der punktierten Linie sehen Sie einen sinnvollen Planungsablauf, der sich in der Praxis einfach bewährt hat. Und wenn wir uns das mal näher angucken, dann macht es Sinn, tatsächlich Sinn, dass Sie als allererstes mal mit Ihrem Auftraggeber später, Sie wollen ja Geld verdienen, Sie arbeiten für ein Büro, das Geld verdienen muss, das heißt, dieses Büro bekommt einen Auftrag, die Planung der Energieeffizienz eines Gebäudes entsprechend durchzuführen. Das heißt, Sie haben einen Auftraggeber und der Auftraggeber muss nicht, aber ist oft deckungsgleich auch mit dem Bauherrn, der Bauherrschaft. Und als erstes sollten Sie mit Ihrem Auftraggeber eben klären, welches Ziel denn verfolgt werden soll. Und Sie sind im Rahmen der Bauphysik zuständig erst mal für das energetische Ziel. Das heißt, Sie müssen nicht als Bauphysikerin mit dem Auftraggeber abstimmen, wie viel Geld willst du denn ausgeben, sondern das müsste der Architekt machen. Sie müssen auch erst mal nicht mit dem Auftraggeber abstimmen, wie groß das Gebäude sein soll und wie es aussehen soll. Das muss auch der Architekt machen. Sie müssen nicht mit dem Auftraggeber abstimmen, welche Lasten das Gebäude tragen können soll. Das muss dann der Tragwerksplaner, die Tragwerksplanerin durchführen und so weiter, sondern Ihr Job im Planungsteam ist die Energieeffizienz, der Wärmeschutz. Insofern müssen Sie diese Ziele mit Ihrem Auftraggeber abstimmen. Und das werden wir in einem Planspiel letzten Endes mit Ihnen durchführen. Sonst in den Semestern war es so, dass Sie in den Projektgruppen zusammen waren. Das sollen Sie jetzt auch weiterhin sein. Das heißt, zu fünft oder ich glaube, zu fünft sich in einer Gruppe einfinden und Sie bekommen von uns einen Gebäudeentwurf zur Verfügung gestellt, also ein Gebäude, das Sie beplanen sollen. Jetzt haben Sie keinen Auftraggeber, insofern müssen entweder wir die Rolle des Auftraggebers des Bauherrn spielen, das werden wir teilweise letzten Endes besprechen, welches energetische Ziel Sie für ein Bauvorhaben verfolgen wollen. Und dafür, um das durchzuführen, diesen ersten Schritt, muss ich natürlich diese energetischen Ziele kennen. Das heißt, als erstes müssen wir anfangen in so einem Nullten Schritt, in einem Grundlagenschritt, dass wir uns einen Überblick davon verschaffen, was Sie letzten Endes als Auslauf, also Sie müssen das kennen, was Sie zum Schluss erst können. Insofern ist es ganz normal, dass Sie am Anfang quasi so das Gefühl haben, ich muss jetzt parallel vorgehen, ich muss die Ziele kennen, aber irgendwie sagt mir das noch nichts. Da haben wir eine Methodik, wie wir Ihnen das näher bringen. Und da gibt es verschiedene Nachweis- oder Zielebenen. Es gibt einmal baurechtliche Anforderungen, das heißt, es definiert das Baurecht in Deutschland und insofern sagt das Land erst mal, wie sie bauen sollen, auch auf energetischer Ebene. Das wäre zum Beispiel die Energieeinsparverordnung oder auch letzten Endes der Mindestwärmeschutz nach dieser DIN-Norm 4108. Dann gibt es auch ein Bundesgesetz, das wird nicht durch Landesrecht wirksam, sondern durch Bundesrecht. Das ist das Erneuerbare Energien- Wärme- Gesetz. Diese drei Dinge definieren den untersten Mindeststandard, den Sie energetisch anstreben können. Darunter dürfen Sie nicht gehen, das verhindert das Baurecht. Daneben gibt es aber auch noch weitergehende Standards, wie zum Beispiel KfW-Effizienzhäuser. KfW steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau und diese KfW-Bank vergibt sehr zinsgünstige Darlehen, wenn sie gewisse energetische Standards, die höher sind, als der Gesetzgeber verlangt, einhalten. Und was wir auch noch am Rande mitbeleuchten wollen, sind Passivhäuser, die wiederum höhere Standards haben. Das heißt, Sie müssen erst mal die erreichbaren energetischen Ziele kennen, bevor Sie das tatsächlich mit Ihrem Auftraggeber besprechen und definieren können. Und das geht noch nicht in einem Schritt. Das heißt, völlig normal ist in einem Projekt, dass Sie Szenarien, Varianten untersuchen. Das heißt, sagen, Mindeststandard müssen wir umsetzen. Und der Bauherr möchte in der Regel auch oft wissen, was muss ich denn tun, wenn ich einen höheren energetischen Standard erreichen möchte. Das werden wir in so einem Planspiel mit Ihrem Gebäude möglichst frühzeitig, das organisieren wir gerade für Sie, tun, dass Sie also möglichst in Gruppen direkt selber mit dem Entwurf klarkommen müssen, den wir Ihnen zur Verfügung stellen. Und das sind Entwürfe Ihrer Kolleginnen und Kollegen der Architektur, also Studierende von vor einigen Semestern. Die entwerfen nämlich im ersten und zweiten Semester ein Wohngebäude. So, wenn ich jetzt also mögliche energetische Ziele definiert habe, dann fange ich ganz links an, dann gucke ich mir erstmal den Entwurf an auf gewisse Grundlagen Gegebenheiten, das heißt die Geometrie des Hauses ist gegeben durch den Entwurf. Die Größe der transparenten Flächen, also die Fensteranordnung und Größe ist gegeben. Und daraus kann ich gewisse Kennwerte ableiten. Das ist die Geometrie, also Oberfläche kann ich berechnen, ich kann das Volumen des Gebäudes berechnen, ich kann dadurch die Kompaktheit des Gebäudes berechnen, ich kann eine Aussage dazu treffen, gibt es viel transparente Fläche, also Fensterfläche, ist die besonders orientiert oder ausgerichtet? Das werden wir tun in diesem ersten Schritt. So, und jetzt hoffe ich, dass Sie das noch erkennen können. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist. Wenn Sie am Smartphone sitzen, kann das sein, dass es zu klein ist, dann mache ich es etwas größer. Und auf diesen ersten Schritt erfolgt dann parallel sozusagen ein zweiter Schritt, nämlich eine gewisse Vordimensionierung, Vorauslegung, Vorberechnung der Konstruktionen. Das heißt, wenn Sie das Ziel kennen, das drückt sich in der Regel auch im U-Wert aus, das ist ein Kennwert, der das Dämmvermögen, Energieverlust eines Bauteils beschreibt, und dann kann ich wieder rückrechnen und sagen, wie muss ich jetzt dieses Bauteil konstruieren, damit dieser Kennwert, das Ziel erreicht wird. Und das möglichst grob, möglichst schnell, weil Sie dafür noch nicht viel Geld bekommen später in der Praxis. Das heißt, es basierend auf den Grundlagen des Gebäudes, gucken Sie sich Konstruktionen an, besprechen Konstruktionen, Dämmstärken und Materialien. Soll es eine gemauerte Außenwand sein, möchten Sie eine Holzaußenwand konstruieren, wie sieht die aus, wie dick wäre die Dämmung und so weiter. In einem richtigen Planungsprozess wird das gespiegelt an den Architekten, an die Architektin, die dann wiederum Kosten daraus ableitet und sagt, zu teuer, liegt nicht im Budget oder zu dick der Aufbau oder wir möchten andere Materialien, eine andere Textur, also ein anderes Empfinden, optisches Empfinden haben. Sie sehen dann anhand der Entwürfe, dass da teilweise schon Materialien vorgegeben wurden, Sichtbetongebäude, wie konstruiere ich eine Sichtbetonaußenwand und so weiter. Das heißt, damit ich das tun kann, also sagen kann, ist der Entwurf geeignet, um auch das energetische Ziel zu erreichen, muss ich mich mit Bauteilen beschäftigen und mit energetischen Kennwerten. Das heißt, wir werden nicht umhinkommen, wir wollen ja nicht nur allgemein darüber reden, sondern wir wollen ja auch Zahlen da dran kriegen, Kennwerte berechnen und da muss ich anfangen mit Wärmetransportmechanismen. Idealerweise erinnern sich da noch ein bisschen an Ihre Schulzeit, wenn nicht, wiederholen wir auch gewisse Grundlagen. Wir werden uns anschauen, Bauteile unterscheiden zwischen homogenen Bauteilen, inhomogenen Bauteilen und Bauelementen, das sind zum Beispiel Fenster. Wir werden uns anschauen müssen, wie diese Bauteile letzten Endes auch zusammengefügt werden. Überall da, wo zwei Bauteile aneinanderstoßen, entsteht eine Wärmebrücke. Überall da, wo das Gebäude eine Ecke hat, entsteht eine Wärmebrücke. Das heißt, wir müssen uns auch beschäftigen mit der energetischen Qualität dieser Konstruktionsstoßstellen letzten Endes. und letzten Endes auch naheliegend, die dickste Winterjacke bringt Ihnen nichts, wenn Sie die auflassen vorne. Das heißt, Ihr Gebäude muss, damit es energetisch auch vernünftig aussieht oder ausfallen kann, eine möglichst optimale Luftdichtheit aufweisen. Also idealerweise völlig luftdicht. Das funktioniert natürlich erstens konstruktiv nicht. Ich habe gewisse Leckagen, Undichtigkeiten, die ich nicht vermeiden kann. Die dürfen eine gewisse Größenordnung nicht überschreiten. Da gibt es Testverfahren zu, die wir Ihnen auch vorstellen. Und ich brauche natürlich frische Luft im Haus. Auf das Thema kommen wir dann später nochmal. So, und wenn ich also die Wärmeverluste optimiert habe oder reduziert habe, Reduzierung der Wärmeverluste, das ist erstmal das erste Ziel. Das ist die optimale Basis, von der ich starte. Dann kann ich mich mit einem zweiten Schritt beschäftigen, nämlich der Optimierung der solaren Einträge. Also die Sonne scheint im Sommer und im Winter. Im Winter brauche ich die solaren Gewinne, möglichst in großer Menge. Im Sommer möchte ich die möglichst vielleicht draußen lassen, weil sonst das Gebäude überhitzt. Das heißt, wir haben bei den solaren Einträgen zwei Themen zu beleuchten. Einmal eine Maximierung in der Heizperiode. Und das erreiche ich über die Verglasung und die Rahmenkonstruktion. Natürlich auch über die Größe und Ausrichtung der Fenster. Die ist aber ja in der Regel gegeben über den Gebäudeentwurf. Und ich muss verhindern, dass es im Sommer nicht zu heiß wird, dass der solare Eintrag nicht zu groß wird im Sommer. Und da gibt es auch gesetzgeberische Vorgaben, Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes. Den steuere ich auch über die Verglasung und Verschattungseinrichtungen wie Rollläden oder Jalousien. Das heißt, da gibt es ein gewisses Aus, müssen wir ausbalancieren, müssen gucken, ob der Gebäudeentwurf auch passt. Letzten Endes ist das ein kritischer Punkt, werden Sie feststellen. Weil, wenn Sie dann hingehen und sagen, passt nicht, ich muss das Fenster kleiner machen, dann wird sich keiner freuen bei den Architekten nicht. Das wird den Bauherrn erstmal nicht freuen und trotzdem kann es erforderlich werden. Also, zweiter Schritt wäre dann die Optimierung der solaren Einträge. Und dann werden wir, wenn wir das getan haben, also Wärmeverluste möglichst reduzieren und die solaren Einträge uns anschauen, werden wir schon eine erste vereinfachte Vorabberechnung Energiebilanz durchführen, um zu sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und diese Vorabberechnung werden wir nicht händisch machen, sondern auch mit einem Programm. Ich zeige Ihnen das. Das finden Sie bei mir zum Beispiel unter Beispielprojekt. So, ich muss es nur wiederfinden. Vorbemessung mit SketchUp. SketchUp kennen Sie vielleicht. Das ist ein sehr einfaches 3D-Zeichenprogramm. Das sollten Sie sich und können Sie sich auch selber aneignen. Das ist kostenlos verfügbar. Und da nehme ich erst mal die Einträge des letzten Semesters weg. Da sehen Sie direkt mein Mustergebäude. Unten das in orange ist das Kellergeschoss. Und ich kann sehr leicht, wenn ich das so als grobe 3D-Form konstruiere, mit einem Add-on, mit einem Zusatzprogramm, was eine Schnittstelle direkt zu SketchUp hat, über das Programm Cala, eine Vorabberechnung durchführen. Das heißt, wenn Sie wissen, was Sie tun, wenn Sie SketchUp ein bisschen können und das Programm sich ein bisschen angeeignet haben, sind Sie in der Lage, innerhalb von einer Stunde oder zwei eine Vorabberechnung Ihres Gebäudeentwurfs durchzuführen. Und das sollten Sie auch tun. Das ist recht grob. Ja, also Sie bekommen dann sowas zum Beispiel raus und die Begriffe sagen Ihnen erst mal nichts. Sie sehen den Stift hier, Sie sehen diesen Strich hier, das ist sozusagen die aktuelle Variante und es gibt einen gewissen Bereich sozusagen, in dem diese Variante, das Ergebnis dieser Variante liegen wird. Und Sie sehen hier auch schon zum Beispiel den Anforderungswert des Gesetzgebers, das wäre die Energieeinsparverordnung und Sie sehen, jetzt gehen wir gleich die Farben aus. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel auch gewisse höhere Standards, also dieses KfW-Effizienzhaus 55 und 40. Das heißt, ich würde jetzt sehen für mein Gebäude, man kann sich hier ein bisschen bereinigen, dass ich mit dem Gebäude, so wie es momentan konstruiert ist, mit den Bauteilen, deutlich über den gesetzgeberischen Anforderungen liege. Also ich müsste eigentlich auf jeden Fall dahin rutschen, unterhalb der gesetzgeberischen Anforderungen und kann so relativ schnell sehen, okay, an welcher Stellschraube muss ich jetzt drehen, damit ich in die richtige Richtung weitergehe. Und dafür sollen Sie wenig Zeit aufwenden, weil dafür, Sie sollen nicht arbeiten, 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 über zwei, drei, vier Wochen und am Ende ganz stolz präsentieren. Hör mal, lieber Bauherr, ich habe hier eine super lange Berechnung, die ist super genau, super exakt, aber wir erreichen das Ziel nicht. Wir müssen jetzt leider wieder vorne anfangen und jetzt hätte ich gerne noch mal Geld von dir, weil mein Honorar ist schon durch. Wird ja sagen, das ist jetzt aber keine gute Beratung. Insofern müssen wir ein Tool verwenden und das ist ein Tool, was es gibt, möglichst schnell, möglichst einfach, für Sie kostenfrei, von zu Hause runterladbar. Also Sie finden YouTube ganz kurze Erklärvideos dazu, das ist wirklich simpel. Müssen wir dafür sorgen, dass wir, jetzt muss ich wieder ins Heft zurückspringen, möglichst schnell diese Verabberechnung durchführen können. Dann sehen Sie diesen Interaktionspfeil in beide Richtungen. Wenn ich feststelle, ich bin auf der richtigen Schiene, in die richtige Richtung unterwegs, kann ich weitergehen, kann ich das Thema vertiefen, detaillieren und so weiter, genauer planen. Wenn ich merke, ich gehe in die falsche Richtung, es reicht nicht, muss ich noch mal diesen Schritt der Vordimensionierungen durchführen. Das ist also eine wichtige Stelle, ein wichtiger Step sozusagen. Wenn ich richtig unterwegs bin, dann geht es darum, ich habe meine Gebäudehülle jetzt ausreichend dimensioniert, dann geht es darum, sich mit der Gebäudetechnik zu beschäftigen, die ich brauche, um zu beheizen und zu belüften. Das heißt, dann geht es in die Bilanzierung des Gebäudes rein. Wir werden also uns mit der Bilanz eines Wohngebäudes beschäftigen müssen, also den Heizwärmebedarf berechnen müssen in der Phase E und dann werden wir Technik brauchen dafür. Wir brauchen eine Heizung, mal mindestens, wir brauchen eine Belüftungs- und Entlüftungsanlage vielleicht. Da werden wir uns dann mit der Gebäudetechnik beschäftigen. Wir werden auch so Themen untersuchen, wie Wirtschaftlichkeit oder auch CO2-Emissionen und Bepreisung. Auch von Konstruktionen, wenn Sie da mal rübergehen, werden wir auch das uns anschauen, CO2-Bilanz von Konstruktionen. Und wenn ich das getan habe, dann lande ich letzten Endes hier, ja, Berechnung des Jahres Heizwärmebedarfs, Variantenbetrachtung und Auswahl der geeigneten Anlagentechnik. Das ist die arbeitsintensivste Phase. Und wenn ich das dann, sozusagen die Bilanz dann auch stimmt und ich weiß, okay, ich werde im Ziel landen, in meinem energetischen Ziel, dann erfolgt sozusagen nur noch eine Schleife drum, dann führe ich in einem letzten Schritt die erforderlichen Nachweise, nämlich die, die wir vorher schon untersucht und definiert haben. Und wenn wir mit dem Bauherrn vielleicht vereinbart haben, Effizienz aus 55, dann muss ich letzten Endes in der Lage sein und sagen, ich kann überall einen Haken machen. Ja, muss dann entsprechende Nachweise führen für Mindestwärmeschutz, Energieeinsparverordnung, Erneuerbare-Energie- und Wärmegesetz und KfW-Effizienz aus 55. Das ist dann aber der letzte Schritt, weil durch die Vorabüberprüfungen weiß ich ja schon, dass das funktionieren wird. So, und das Ganze hat hier, wie Sie sehen, gewisse farbliche Kennzeichnungen in hellblau, in dunkelblau, in grün und in rot, weil das Ganze, naja, ein standardisiertes Verfahren ist, ein übliches Verfahren ist und in sogenannte Leistungsphasen unterteilt werden kann. Eins bis vier, entsprechend gekennzeichnet mit den gleichen Phasen. Und diese Leistungsphasen werden wir dann, das machen wir dann nochmal vertieft, finden sich zum Beispiel auch im sogenannten AHO-Heft zu Wärmeschutz und Energiebilanzierung. Das ist die Arbeitsgruppe für die Honorierung entsprechender Leistungen. Das heißt, da steht dann genau drin, was muss ich in Leistungsphase 1 machen, in 2, in 3, in 4 machen und auch nicht uninteressant, wie viel Geld kriegen Sie dafür an Honorar. Das hängt ab von der Bausumme und der sogenannten Honorarzone. Das werden wir uns dann nochmal anschauen und daraus kann ich dann letzten Endes sehr schnell berechnen, wie viel Zeit ich dafür brauchen darf später im Büro. Dann werden Sie sehen, für diese Grundlagenermittlungen stehen Ihnen später eine bis zwei Stunden zur Verfügung. Deswegen muss es schnell gehen. Wir werden uns natürlich mehr Zeit dafür nehmen. Also dieses Blatt hier, diese Seite 4 und 5, soll Ihnen also permanent als Orientierung dienen, sehen, wo Sie gerade stehen und warum das Sinn macht, das, was wir gerade tun. So. Meine Frage an Sie zwischendrin wäre jetzt, normalerweise endet unsere Veranstaltung um 11.30 Uhr, weil Sie, glaube ich, ab 11.45 Uhr Mathematik haben. Meine Frage an alle, auch an den David Hilger und an den Stefan Mock, findet heute irgendwas um 11.45 Uhr bei Ihnen statt? Einfach bitte in den Chat schreiben oder Stefan, du kannst auch reinquatschen. Ich kann den David auch, gebe ich auch das Audio mal frei. Kannst du ja abschalten, David, wenn du es gerade nicht brauchst. Also einfach reinquatschen die beiden oder reinschreiben die Studierenden. Ich weiß nicht, ob Sie um 11.45 Uhr was haben. Und es kann sein, dass ich nicht um 11.30 Uhr fertig sein werde gleich. Ich rede einfach mal weiter. Wie gesagt, wenn was ist, schreiben Sie in Slack, in den Chat. Stefan, du hast keine Infos. Insofern melden Sie sich einfach. Wir brauchen noch ein bisschen. Also so viel länger wird es dann auch nicht dauern. Gut, machen wir weiter. Auf der Seite 6 ist erklärt und total überholt das Vorlesungskonzept zur Veranstaltung PRK1, weil wir, naja, keine Präsenzveranstaltung haben, sondern das ist das hier. Präsenzveranstaltung soll das hier sein. Ansonsten, ich würde Ihnen trotzdem gerne erklären, wie Sie arbeiten sollen und wie viel Zeit dafür ungefähr zur Verfügung steht oder Sie einrechnen müssen. Wir werden immer in so einem in so einem Kreislauf arbeiten. Also immer schrittweise vorgehen und immer so das gleiche Prozedere durchlaufen. Jedes Thema wird damit starten, dass Sie sich Überblick über ein neues Thema verschaffen sollen. Und dazu werden wir Ihnen kreieren, themenbezogene Einführungsvideos zu dem Punkt hier. Eins und zwei. Das heißt, wir starten in das Thema zum Beispiel Wärmetransportmechanismen. Dann gibt es ein Einführungsvideo allgemein von uns dazu und Sie finden Videos zu spezielleren Themen. Die müssen Sie jetzt selbstständig erarbeiten unter Verwendung Ihres Arbeitsheftes. Das ist das Wichtigste. In Papier und OneNote. Das wäre die Idealkonstellation. BBS hat nichts. Dankeschön für die Info. Und in Ergänzung, Tabellenbuch, wie gesagt, ist im Arbeitsheft drin. In Ergänzung mit den Panopto und YouTube-Videos. So müssen Sie sich das Thema selber erarbeiten. Es gibt Aufgaben, einfache Aufgaben, die Sie selber bearbeiten sollen. Das sind Einführungsbeispiele. Das ist dieser dritte Punkt. Und dann soll eine Selbsteinschätzung durch Sie erfolgen. Sie haben zwei Möglichkeiten für diese Selbsteinschätzung. Ich zeige Ihnen das jetzt gerade nur mal kurz. Nehmen wir noch mal die Lernphase A. Die ist irgendwann zu Ende. und Sie finden am Ende nach weg. Sie finden am Ende jeder Lernphase ein Blatt, das so aussieht, also eine Tabelle. Das ist so eine Schnittstellentabelle letzten Endes. Da geht es um zwei Themen. Es geht um die Nachbearbeitung des Themas, was wir gerade abgeschlossen haben. Und es geht um Vorbereitung des nächsten Themas. Das heißt, immer wenn wir uns zukünftig hier treffen, wissen Sie vorher, welches Thema wir besprechen wollen. Dafür müssen Sie was tun vorher, selbstständig, zu Hause. Dabei entstehen Fragen. Diese Fragen sollen Sie in Slack formulieren. Oder Sie haben keine Fragen. Und die Vorbereitung selber überprüfen können Sie, indem Sie die Aufgaben bearbeiten, die in dieser Tabelle bestehen. Sie sehen das Thema hier vorne, das Lernziel. Sie sehen die Aufgaben, die wir dafür vorgesehen haben, quasi Ihr Trainingsprogramm. Die Anzahl dieser Punkte gibt an, wie schwierig das Thema sein wird. Also zwei Punkte heißt normales Niveau. Drei Punkte heißt vertiefte Kenntnisse, freiwillig. Ein Punkt heißt, müssten Sie eigentlich schon kennen aus der Schule, ist quasi nochmal Wiederholung. Und Sie sehen dazu, welches Material Sie brauchen, das können sein, Tabellenbuch, irgendwelche Kapitel aus dem Tabellenbuch, die Sie im Arbeitsheft finden, Videos im OLAT-Kurs, Schrägstrich Panopto oder einen Selbsttest der Phase B, den Sie dann machen können. Und wenn währenddessen Fragen entstehen, schreiben Sie die Fragen einfach erstmal in Slack rein. Vielleicht kann Ihnen Kommilitone helfen, sonst gucke ich, bevor wir die nächste Veranstaltung haben, in diesen Fragen-Chat rein und gehe dann auf die Fragen im Rahmen der Präsenzveranstaltung wieder ein. Das heißt, wir sind jetzt hier, Einführungsbeispiele bearbeiten, Selbsteinschätzung und Fragen formulieren. Das soll jeder von Ihnen, jede von Ihnen selber zu Hause machen in der Lerngruppe. Ist jetzt vielleicht schwierig, aber digitale Lerngruppe vielleicht über so einen Video-Chat können Sie auch machen. So, und das ist gar nicht so viel Zeit. Wenn man das fürs ganze Semester durchrechnet, kommen Sie da auf insgesamt irgendwie so knapp 70 Stunden Vorbereitungszeit. Das heißt, unterschätzen Sie das nicht. Das heißt, pro Woche sollten Sie da schon einiges an Zeit für vorsehen. In diesen Tabellen hier ist auch ungefähr kalkuliert, Sie sehen jetzt hier Aufwand circa eine Stunde, Nachbereitung ungefähr eine Stunde, Projektbearbeitung ungefähr ein bis zwei Stunden. Das heißt, da ist so eine Richtschnur schon mal angegeben, wie viel Zeit kalkulieren wir dafür. Das kann aber für Sie unterschiedlich lange dauern. Je nachdem, wenn Sie sehr solides, gutes Vorwissen haben, geht es schneller. Wenn Sie merken, okay, die Physik ist schon echt lange her, da brauche ich jetzt ein bisschen länger für, dann dauert es halt länger. Das machen wir aber ganz bewusst mit einfachen Sachen, mit grundlegenden Sachen, weil da unterscheiden Sie sich einfach. Ja, der eine braucht länger, der andere kürzer und das machen wir nicht in den 90 Minuten zukünftig an der Stelle. Das sollen Sie eben zu Hause machen. So, dann kommen Sie in die Präsenzveranstaltung, was wir hier als virtuelle Veranstaltung machen und dann klären wir erstmal diese Fragen, die Sie haben. Manchmal streue ich auch so einen Test nochmal als Live-Voting ein, da brauchen Sie dann noch eine andere App für, das gucke ich mir dann an. und aus diesen Fragen ergibt sich quasi dann eine Vertiefung des Themas. Vielleicht in der Präsenzveranstaltung konnte ich das sehr schön unterscheiden, je nachdem, auf welchem Niveau Sie waren. Wenn das Thema für Sie völlig klar war, hatten Sie zum Beispiel Zeit, um vertiefende Aufgaben zu bearbeiten oder an Ihrem Bauprojekt zu arbeiten, an Ihrem Gruppenprojekt. Wenn Sie nochmal ein Thema wiederholen sollten, gab es auch noch verschiedene Grundlagenaufgaben. Inwieweit wir das jetzt in der virtuellen Veranstaltung abbilden können, kann ich noch nicht wirklich einschätzen, ich glaube aber nicht in dem Umfang, weil wir jetzt nicht drei Stunden jetzt hier beisammen sein sollen und 90 Minuten sage ich nur, jetzt arbeiten Sie mal und ich gucke Ihnen zu. In der tatsächlichen Veranstaltung konnte ich das machen. In der virtuellen macht das vielleicht keinen Sinn mehr. Insofern müssen wir gucken, wie wir damit umgehen und dann findet eine Vertiefung statt hier durch uns. Gewisse komplexe Themen werden natürlich vorgestellt, die überlassen wir nicht Ihnen alleine und dann gibt es quasi die Überleitung zum nächsten Thema. Also wo stehen wir, wie ist der Ausblick zum nächsten Thema, was sollten Sie nachbereiten, was sollten Sie vorbereiten. Also wir besprechen dann am Ende der Veranstaltung jedes Mal diese Tabelle, nicht diese, sondern die jeweils passende Tabelle dazu. Und dann geht es wieder von vorne los. Sie verschaffen sich einen Überblick und so weiter. Das heißt, es ist immer ein themenbezogenes, eine Spirale sozusagen nach oben. So und die Präsenzphasen sind nicht so umfangreich wie das Selbststudium, wie Sie hier sehen und das wird sich gerade in diesem Semester nochmal verschieben. Also klar werden wir umfangreicher zu Hause arbeiten müssen, Sie und ich und weniger Zeit gemeinsam in diesen virtuellen Räumen verbringen, aber das muss ich sortieren, das weiß ich jetzt noch nicht alles. Und dann gab es eben zwei Elemente. Es gab diese Studienleistung, überwiegend Ihr Bauprojekt war das und es gab die Klausur. Müssen wir vertagen, das Thema haben wir noch nicht endgültig ausgeknobelt, wie wir in diesem Semester damit umgehen. So Stefan, du hast was geschrieben, gab es eine Frage zu einem Heft? Ja genau, wir sollten gleich nochmal darüber reden, wie wir die Arbeitshefte versenden. Ich habe geschrieben, dass wir das nach der Vorlesung machen, also am Ende der Veranstaltung. Genau, ich hatte am Anfang schon mal was ja dazu gesagt. Ich würde vorschlagen, also es ging ganz kurz nur an der Stelle nochmal wiederholt, wer von Ihnen so ein Papierheft noch nicht hat, gerne aber eins hätte, nicht mehr an die Hochschule kommen möchte, aus bekannten Gründen. Demjenigen würden wir das auch per Post zuschicken. Wie wir das regeln, das würde ich in Slack schreiben und dann auch in den OLAB-Kurs schreiben. dann nur ganz kurz als weiteren Überblick, bevor wir schon wirklich die Veranstaltung für heute zumachen und kurz drüber sprechen, wie Sie reinsteigen oder rein starten in das Modul. Es gibt so gewisse allgemeine vorbereitende Themen, die Sie sich anschauen sollten, erstmal in Ihrem Arbeitsheft. Also es gibt Ihr Bauprojekt in PHKO 1, da werden wir was zu gemeinsam erarbeiten, da sollen Sie was ausfüllen. Es gibt so eine Art To-Do-Liste. Kanban Board könnte man jetzt auch hochtrabend sagen, so könnten Sie sich organisieren in Ihrer Projektgruppe, werden wir was zu sagen noch. Dann habe ich ein Beispielprojekt, das ich quasi im Rahmen der Veranstaltung hier durchrechnen werde. Also das ist mein Entwurf, den Sie hier sehen. Erdgeschoss, Obergeschoss, dann die Pläne dazu, entsprechend EG, OG, Dachgeschoss, Schnitt und die Ansichten. Das ist quasi dieser allgemeine Teil. Dann finden Sie als weiteres wichtiges Thema, auf das werden wir immer wieder zurückkommen, ein Kapitel über wie konstruiere ich eigentlich etwas. Da finden Sie auch wieder diese Leistungsphasen und den Hinweis, dass wir das, wie weit wir das im Modul PHKO1 treiben. Also wir gehen bis zur Genehmigungsplanung, kümmern uns hier nicht um die Ausführungsplanung, das machen dann andere Module später. Also in Baubetrieb zum Beispiel werden Sie das ausschreiben und die Vorbereitung der Vergabe durchführen und so weiter. Es ist hier allgemein erklärt, wie das so vonstatten geht. und wichtig ist, dadurch, dass Sie in einem Team arbeiten, also Architekt, Bauherr, Ertragwerksplanerin, dann Planerin für technische Gebäudeausstattung, Außenanlagenplanung, Landschaftsarchitektur, Bauphysik, ganz viele Planungsbeteiligte sitzen mit am Tisch bei einem Projekt. Je größer das Projekt, umso mehr Leute sitzen am Tisch. und insofern ist es wichtig, wie funktioniert dieser Konstruktionsprozess im Team und das ist so ein schrittweises Vorgehen. Und das ist hier nochmal erklärt. Also es geht letzten Endes, das hat auch was mit wissenschaftlichem Arbeiten zu tun. Das ist letzten Endes auch nichts anderes. Also auch wieder diese Vorgehensweise, klärende Aufgabenstellung. Dann die Konzeptionsphase, also worin besteht das Problem, das ich lösen soll. Bauphysik, Problem lautet, ich muss einen U-Wert erreichen von so und so. Welche Wirkprinzipien kann ich dafür finden, das Problem zu lösen? Also Wirkprinzip, Wirkprinzip, Wärmeleitung. Wie kann ich es lösen? Lösungsvarianten finden? Und das ist hier allgemein beschrieben, das ist nämlich konstruieren. Das macht man sich zu selten klar, dass das so ein schrittweiser Prozess ist. Also schauen Sie sich das mal an. Das ist hier nochmal grafisch dargestellt und es ist immer quasi, Sie entwickeln eine Konstruktion, der Architekt aber auch, der Tragwerksplaner auch und das muss man dann wieder in einem nächsten Schritt abgleichen. Passt das oder gibt es Widersprüche? Muss ich Widersprüche lösen? Dann hat man eine Konstruktion, kann man auf die nächste Detailstufe springen und so weiter. Bis man letzten Endes bei einer gewissen Planungstiefe angelangt ist. Bei uns wäre das dieser Schritt hier, also genehmigungsfähige Planung zu entwickeln und dann hört unser Modul auch auf. Darauf gehen wir später ein. Building Information Modeling, also konstruieren direkt in 3D, ist hier kurz beschrieben. Und dann geht es tatsächlich an die Aufgaben von Konstruktionen ran. Welche Aufgaben, welches Spektrum der Funktionen müssen Konstruktionen erfüllen und welche beleuchten wir in der Baufysik? Die sind hier kurz dargestellt, also es soll nicht reinregnen. Der Wind soll draußen bleiben. Wärmeschutz, Wärme soll auch innen bleiben. Die Feuchte muss auch irgendwie innen bleiben, darf nicht in die Konstruktion. Nach außen muss es aber abdiffundieren können. Da werden wir nochmal drauf eingehen, vertieft. Sie finden aber letzten Endes hier schon mal die theoretischen Grundlagen und Sie haben jetzt viel Zeit zu Hause. Gucken Sie es doch einfach mal an. Lesen mal rein in dieses Kapitel der Baukonstruktionen. Dann gibt es noch ein Kapitel über Maßtoleranzen. Das muss bei uns immer mitlaufen. Also wir sind keine Uhrmacher und haben keine Genauigkeit, auch nicht von Apple, sondern die Toleranzen im Bauwesen können ganz schön groß sein. Und das sollte man sich auch immer vergegenwärtigen, dass wir nichts planen müssen, was später keiner bauen kann. Also insofern können wir auch mit einer gewissen Toleranz tatsächlich auch an die Berechnungen gehen. So, das wäre das Kapitel der Konstruktion und das nächste allgemeine, einleitende Kapitel wäre dann das Kapitel über Klimawandel, Energiewende, nachhaltiges Bauen. Da gibt es nochmal einen kurzen, kurzen historischen Abriss. Auch das sollten Sie sich einfach mal anschauen. So, also wäre, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ich schiele hier so rüber auf die Fragen, da habe ich hoffentlich nichts verpasst. Der Zimmermann hatte was geschrieben zu berufsbildenden Studiengängen, die jetzt nichts mehr haben. würde ich gerne nochmal zusammenfassen für Sie. OLAT hatten wir lang genug drüber geredet. Wie sollten Sie jetzt in das Modul rein starten? Meine Bitte an Sie wäre, dass Sie sich das Heft schnappen, digital am besten in Papierform und sich mit diesen ersten allgemeinen Kapiteln beschäftigen. Also bis tatsächlich das Kapitel A beginnt, das noch nicht. So, gucke ich gerade, welche Seite das ist. Hier sind wir auf der Seite 58, also müsste bis Seite 56, klingt nach viel, aber ist gar nicht so viel. Schauen Sie sich das einfach mal jetzt die nächste Woche an, besorgen Sie sich das Heft, lesen Sie sich die PDF durch, wie auch immer. Das sollten Sie sich angucken. Gerne auch natürlich in dieses Thema A reinschnuppern und so ein Gefühl dafür kriegen, was ich von Ihnen überhaupt will. Und das ist eine ganz gute Basis, sodass wir dann nächste Woche über diese Zielsetzungen sprechen können. Wenn ich nochmal zu dieser Übersichtsseite gehe. Also nächste Woche, Dienstag um 10 Uhr. Würde ich dann gerne mit Ihnen starten, mit diesen energetischen Zielen, die wir anstreben können. Und da schadet es nichts, wenn Sie was über Klimawandel und so weiter wissen, weil das natürlich auch mit eine zunehmend wichtigere Rolle spielt. Also, ich möchte mit Ihnen nächste Woche über die Ziele sprechen. Insofern lesen Sie sich doch bitte diese Seiten durch. Gucken Sie sich die an. Es sind viele Abbildungen drauf, insofern ist es gar nicht so viel zu lesen. So, vielleicht jetzt noch was zum Heft. Einige von Ihnen haben dieses Heft, von dem ich die ganze Zeit spreche, in Papierform, in Farbe, gebunden, sich schon gekauft für 13 Euro. Also, diejenigen von Ihnen, die das noch nicht haben, haben zwei Möglichkeiten, jetzt an das Heft zu kommen. Die erste Möglichkeit ist, Sie kommen tatsächlich noch mal zur Hochschule. Das ist ja kein Seuchengebiet, die Hochschule. Insofern könnten Sie an die Hochschule kommen und sich bei Herrn Mock oder Herrn Hilger, wenn die Hochschule noch offen hat, so ein Heft für 13 Euro kaufen. Oder, und das bieten wir Ihnen jetzt sozusagen exklusiv dieses Sommersemester an, Sie können sich dieses Heft auch per Post schicken lassen. Damit ich nicht auf dem Geld sitzen bleibe, würden wir das gerne so machen, dass Sie mir oder Herrn Mock oder Herrn Hilger, aber am besten mir, eine Direktnachricht über Slack schicken und sagen, ich, Hansi Müller, ich hoffe, es heißt keiner so, möchte gerne das Heft kaufen, direkt Ihre Adresse dazuschreiben bitte und dann kann ich Ihnen nämlich meinen Paypal-Link schicken. Das heißt, ich würde gerne das ganze Zahlungsprozedere, also dass Sie mir diese 13 Euro geben, über Paypal abwickeln. Ich hoffe, dass Sie ein Paypal-Konto haben. Wenn Sie kein Paypal-Konto haben, dann müssten wir uns was anderes einfallen lassen. Dann könnten Sie mir das natürlich auch aufs Konto überweisen. Dann würde ich Ihnen meine Bankverbindung geben. Also schreiben Sie mir über Slack, wenn Sie das Heft per Post haben wollen, Name, Adresse und ich schicke Ihnen dann meinen Paypal-Link und Sie überweisen mir 13 Euro. Wenn ich das habe, das Geld, per Paypal geht das ja innerhalb von Minuten, dann gebe ich sozusagen das Heft frei und Herr Mock oder Herr Hilger tötet dann entsprechend ein Heft ein und schickt Ihnen das dann per Post an die angegebene Adresse. Das sollten Sie natürlich möglichst zeitnah tun. Also am besten heute oder morgen, also am besten heute uns mitteilen, wenn Sie so ein Heft per Post haben wollen. Sie können sich natürlich auch die PDF ausdrucken. Das sind 320 Seiten. Klar kriegt man das hin, ist dann halt nicht gebunden und vielleicht nicht die gute Qualität, die wir hier bieten können über den Druckservice. Aber geht natürlich auch, dass Sie sich das ausdrucken. Oder Sie arbeiten digital. Geht auch. Wie gesagt, Sie dürfen das Heft in der Klausur verwenden. Ein digitales Heft dürfen Sie in der Klausur nicht verwenden. So, Herr Mock sitzt in Raum N004, also Norbert 004. Das ist hinten im Bereich der Labore und der Herr Hilger sitzt im Raum H006. Und jetzt musst du mir helfen, David. H006. Okay. Also im Erdgeschoss in Raum 006. Im H-Finger sitzt Herr Hilger und im N-Flügel sitzt Herr Mock im Raum N004 und bei beiden kriegen Sie so ein Heft. So, habe ich noch was vergessen? David, Stefan. Nein, von meiner Seite aus nicht. Großes Schweigen, ja. Nein. Schönen guten Morgen. Von meiner Seite auch nicht. Gut. Sehr gut. Fällt Ihnen noch was ein, liebe Studierende? Ich kann Ihnen jetzt auch nicht sicher sagen, wie andere Module im ersten Semester das machen möchten mit den virtuellen Veranstaltungen. Da weiß ich schlicht zu wenig drüber, weil ich auch eben, wie Sie sehen, zu Hause sitze und nicht an der Hochschule bin momentan. Ich weiß auch nicht, ob die Hochschule mal geschlossen werden wird, wenn der erste Corona-Fall dann an der Hochschule sein wird. Insofern kann ich Ihnen nicht sicher sagen, wie lange die Hochschule offen hat. Sollten Sie sich also das mit dem Heft irgendwie schnell überlegen? Es gibt genug Hefte, das ist nicht der Hintergrund. Aber wenn Sie an die Hochschule kommen möchten und es da direkt kaufen möchten, sollten Sie das heute oder morgen tun. Wer weiß, wann die Hochschule schließt. Vielleicht wäre nur noch zu erwähnen, liebe Studierenden, dass Sie sich für die restlichen Module im ersten Semester ebenfalls eintragen bei OLAT, einschreiben, damit Sie dort auch etwaige Mitteilungen der Professoren erhalten. Ja, wichtiger Hinweis. Wir werden ab heute dazu übergehen, über Slack zu kommunizieren. Ich würde also jetzt nicht jede Nachricht in OLAT spiegeln, das ist zu viel Aufwand, sondern da hätte ich die Bitte an Sie, dass wenn Sie Kommilitonen haben, die noch nicht in Slack sind und Sie die kennen, vielleicht haben Sie eine WhatsApp-Gruppe, schreiben Sie denen nochmal, wichtiger Hinweis, wir werden nur noch über Slack so informell kommunizieren. Wie gesagt, ich werde das auch nochmal schreiben. Ich biete Ihnen zwei Sachen an auf virtueller Ebene. Das ist einmal so die virtuelle Vorlesung hier. Das möchte ich machen dienstags um 10 Uhr. 90 Minuten soll das auch wirklich dann zukünftig nur sein. Das wird aufgenommen. Ich hoffe, das klappt mit dem Video. Werde ich gleich sehen. Die Videos stelle ich Ihnen zur Verfügung und dadurch, ich hoffe, dass wir ins Gespräch kommen. Sie haben jetzt irgendwie zugehört, bestenfalls. Aber es soll eben so sein, dass Sie zukünftig eben auch Fragen stellen können. Und wir überfragen, vielleicht verstehe ich eine Frage falsch. Also machen Sie sich insofern arbeitsfähig, dass Sie auch dann, wenn Sie mit Smartphone dann zuschauen, dann mit einem Headset, was ja immer mitgeliefert wird, in der Regel auch sprechen können. Es ist wirklich nichts dabei, gerade rein zu quatschen. Wie gesagt, ich brauche kein Videobild von Ihnen. Das interessiert mich nicht. Insofern wünsche ich mir, dass wir dienstags hier so eine möglichst gute Veranstaltung machen. Und zusätzlich biete ich Ihnen noch mal so einen Gruppentermin an. Den müssen Sie sich dann einwählen, einbuchen über Calendly. Genau, Herr Zimmermann schreibt gerade in die allgemeine Gruppe, aber das können Sie auch selber lesen. Wer noch in die WhatsApp-Gruppe möchte, soll sich an den Herrn Zimmermann wenden. Wie gesagt, ich mache das über Slack. So, ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jedenfalls kamen keine Fragen von Ihnen rein. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie da waren. Ich hoffe wirklich, dass wir alle möglichst gesund bleiben und dass das hier so vonstatten gehen kann, dass Sie möglichst das Semester, was das Modul angeht, nicht verlieren werden. Wir werden das Möglichste dazu tun und fleißig Videos produzieren in nächster Zeit. Und ich bin schon mal froh, dass das wohl technisch funktioniert hat. Ich habe jetzt zumindest nichts Negatives gehört, dass es Bildruckler gab oder Tonaussetzer. Das ist auch immer so eine Frage, funktioniert das mit so vielen Teilnehmern? Es scheint funktioniert zu haben. Vielen Dank. Stefan schreibt gerade noch was in die Slack-Gruppe. Alles gut. Sehr gut. Dann danke ich Ihnen und beende dann hiermit gerne die Veranstaltung, das Meeting und wünsche uns allen eine gesunde und gute Zeit bis zum Sommer. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.